Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Damen und Herren, herz Willkommen zurück zu der nächsten Folge Seftegades Skyblog. Und heute tatsächlich die letzte Folge in diesem Jahr 2020. Es ist ziemlich crazy, es war ein crazy Jahr. Normalerweise würde ich schon wieder gerne ein Video machen, wo man einfach nur so über das Jahr redet, das Ganze ein bisschen Revue passieren lässt. Keine Angst, wir machen heute normal Seftegades Skyblog, aber es wäre natürlich trotzdem ziemlich cool. Wenn wir uns nicht mit einem anderen Video oder einem anderen Stream sehen, dann wünsche ich euch jetzt natürlich schon mal einen guten Rutsch in 2021. 2021. Ich hoffe, ihr kommt alle gut rein. Ich hoffe, das ganze Jahr war nicht unbedingt so übertrieben bad. Wir hatten sehr viel coolen Stuff dieses Jahr. Wir hatten einige coole Minecraft-Projekte, einige coole andere Projekte. Und ich bedanke mich natürlich sehr dafür, dass ihr die Zeit mit mir dabei verbracht habt, dass ihr die Videos geguckt habt, die Projekte gefeiert. Manche mehr, manche weniger, dass ihr mit dabei wart für die ganzen Kommentare, für die Hilfen in den ganzen Modpack-Sachen und sowas. Es war sehr, sehr cool und ihr seid sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt machen wir mit Seftegades Skyblog weiter, denn da haben wir auch noch sehr viel zu tun. Ich habe hier direkt wieder ein bisschen was vorbereitet, damit wir endlich mal mit unserem Stil weiter vorankommen. Denn wir haben gestern unsere neue Energie gemacht, hier drüben mit unserem Dieselgenerator. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genug Energie, um so mehr oder weniger, warum ist das nicht connected? Anzeigefehler. Um so mehr oder weniger die Sachen hier so ein bisschen zu betreiben. Wir brauchen einen neuen Tank, wir haben einen Dieselgenerator, wir haben unseren Pump-Check. Und damit wir in Zukunft genug Stil haben, habe ich mir genug Stil gemacht, um einen Improved Blast Furnace zu bauen. Das wird wirklich Zeit und wäre auch sehr cool, wenn wir das irgendwann mal hinbekommen. Theoretisch könnten wir den jetzt sogar hier drüben auf die Insel bauen, fällt mir gerade ein. Wenn wir da genug Strom mittlerweile haben, würde sich das vielleicht sogar anbieten. Das heißt, ich habe ja nicht im Inventar, was wir dafür brauchen. Wir müssen unsere Blast Bricks einfach nur mit Steelplay zusammen craften. Dann kriegen wir hier diese Reinforced Blast Bricks raus. Und die könnten wir jetzt dann beispielsweise hier drüben, sagen wir einfach mal hier, hinstellen. Und daraus einen neuen Ofen bauen. Der kriegt dann noch ein paar Preheater mit dazu. Die Preheater brauchen Strom. Und dann ist der Ofen praktisch doppelt so schnell wie davor. Hallo? Müssen die erst? No! Ich glaube, der Ofen muss sogar größer sein. Der wird sogar vier Blöcke hoch, oder nicht? Der Reinforced. Oh mein Gott, das ist ja ein gigantisches Scheißding jetzt. Nein, ist es nicht. Okay, Glück gehabt. Wir bauen nur noch einen normalen Hopper, der hier oben drauf muss. Ich habe mir das schon gedacht, ich habe mir das komplett verkackt. Aber gut, dann hatten wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Glück. Okay, ein Hopper war glaube ich nur Eisenplates. Eisenplates, ein Bronzegear und eine Kiste. Okay, das kriegen wir zusammen. Die anderen Sachen, die wir noch brauchen, wir haben sogar... Ach, das ist ein Radiator-Block. Nee, das hätte sogar fast ganz gut gepasst. Aber leider nur fast. Wir brauchen noch das da hier drüben. Wir brauchen einen externe Heater. Wir brauchen ein bisschen Redstone. Und dann haben wir daraus praktisch... Hab ich das schon gebaut? Ja, okay. Ganz kurz ein bisschen verwirrt. So, dann haben wir zwei externe Heater. Und die beiden Dinger hier können wir dann zu den Blast-Furnace-Preheatern bauen. Tada! Und die können wir anschließen, um daran eben wunderbar Energie zu verwenden. Hatten wir nicht noch zwei... Ja, zwei Terrakotta. Dann benutzen wir die mal ganz kurz für... So, ah, das sind Relays. Wir brauchen mehr Terrakotta. Hier sind mehr Terrakotta. Ich lebe mein Leben. Dann machen wir das hier und das hier. Und dann machen wir so. Und dann haben wir eben die MV-Wire-Connector. Die sind auch sehr wichtig. Wie gesagt, HV-Wiring wäre immer noch, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die wir brauchen, die wir machen müssen. Aber darum kümmert sich der sogenannte Zukunfts-Heiko. Der ist da immer ganz froh drum. Und für den Rest schnappen wir uns die Kiste. Wir schnappen unsere Brosse. Wir schnappen unsere Eisen. Wir nutzen unsere wunderbare Iron-Press. Theoretisch könnten wir dann sogar die Maschinen, die wir hier gerade stehen haben... Warte, hier ist gerade ein Wirring. Ähm, oh, ich hab gar keine... Wait, ich hab gedacht, wir haben uns mal ein Ding gemacht. Hier eine... Äh, wie heißt das denn? Eine Metal-Press für... Äh, ein Gear. Aber das haben wir scheinbar nie gemacht. Das heißt, wir müssen das trotzdem gießen. Ich meine, das ist nicht so unbedingt super schlimm, aber... Das hat mich ein bisschen enttäuscht jetzt gerade. So, und there we go. Da ist das wunderbare Stück. Jetzt haben wir unseren Hopper. Und damit haben wir alles für unseren besseren Last-Funders fertig. Der kommt oben drauf. Preheater an die Seite. Kabel dran. Stil rein. Und wir sind ready to go. Das heißt, der kommt schon mal nicht da hin. Der kommt hier hin. Dann machen wir Hammer. Rechts legt. Jawohl. Der ist schon super slim. Und jetzt kommen hier beide... An beide Seiten der Preheater mit dazu. Und der kriegt jetzt, wie gesagt, nochmal einen Anschluss. Beziehungsweise beide von denen. Einer hier. Einer hier. An unser wunderbares Netzwerk. Das heißt, einmal nach hier drüben. Vielleicht machen wir da sogar noch erstmal unseren Pump-Jack an. Damit der wieder ein bisschen Energie fördert. Damit das Ding hier ein bisschen mehr Energie pumpen kann. Und dann würde ich vielleicht sogar wirklich zusätzlich noch so einen kleinen Balloon hier hinsetzen. Damit die Kabel davon ein bisschen besser geroutet sind, als sie jetzt gerade geroutet werden. Und there we go. Perfekto. Okay. Pump-Jack geht es gut. Der braucht natürlich noch ein bisschen weniger Energie. Nafta füllt sich hier tatsächlich immer noch. Das ist super optimal. Das heißt, wir sollten uns dringend darum kümmern. Aber ansonsten ist ein Proof Blast. Von ist zumindest schon mal da. Machen wir den wieder aus. Der darf halt nicht zu viel verbrennen. Wir brauchen immer so ein bisschen Restenergie, damit wir das benutzen können. Aber ich glaube, solange wir Energie im Pump-Jack haben, sollte das soweit passen. Das ist jetzt nicht so das größte Problem. Okay. Und dann können wir später hier das ganze Zeug reinwerfen. Oh, der braucht jetzt halt hier eine D-Energie. Das sollte er nicht machen. Okay. Dann warten wir lieber nochmal ganz kurz. Dann machen wir uns mehr Sheet Metal. Mehr Iron Sheet Metal. Und bauen mal ganz kurz für unseren wunderbaren Dieselgenerator die beiden Zwischentanks auf. Für Nafta und für normalen Diesel. Oder auch nicht, weil wir tatsächlich kein Eisen mehr haben. Das ist schlicht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Wir haben scheinbar wirklich sehr viel Eisen und sehr viel Steel und sowas in der Zeit verbraucht. Dann schnappen wir uns nochmal unsere Abyssinite-Pick-Aggs und machen uns auf die Suche nach Steel. Eisen? Eisen. Da haben wir es doch. Oh mein Gott. Was für ein gigantisches Vorkommen war das denn? Ja, heilige Maria, Mutter Gottes. Was zur Hölle? Alter, das waren 1, 2, 3, 4, 4 Stacks basically. Und die ganze Wand davon ist immer noch voll. Unsere Pick-Aggs ist einfach kaputt gegangen deswegen. What? Oh, wir haben ein Ding. Aber ich kann die Pick-Aggs nicht reparieren. Okay. Dann ist egal. Warte mal. Das markieren wir uns mal. Ich muss generell mal anfangen, hier mehr solche Ohr-Deposits irgendwie zu markieren, damit ich die immer wieder finde. Aber das war crazy. Da war so viel. Das ist einfach nur ein riesiger Klotz. Ja. Und dann heißt es jetzt erstmal das ganze Eisen hier einfach rein dumpen und so schnell es geht alles komplett zu Eisenblöcken machen. Das dann zu Sheep Metal machen. Wir können in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen mehr, das klingt sehr gut, ein bisschen mehr Treated Wood machen, damit wir das auch mal wieder losbekommen. Wir haben einfach, Alter, wir brauchen echt unbedingt ein neues Storage-System. Es wird Zeit. Wir müssen jetzt wirklich mal diese Que... Wir sind ja eigentlich schon fertig mit... Wir haben uns viel zu mehr auf anderen Stuff konzentriert. Aber würden wir uns mal wieder auf eine richtige Questline fokussieren? Ich glaube, dann wären wir schon längst fertig und dann könnten wir vielleicht sogar in Stage 4 unser erstes provisorisches Lagersystem machen oder so. Das wäre sehr nice. Dann haben wir 59 Treated Wood und 58 Dark Oak Wood. Das ist normalerweise ganz okay. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und mit dem machen wir uns jetzt direkt mal wieder ein paar Fences. Das heißt, wir machen die Dinger hier, die werden wir gleich für unsere ganzen verschiedenen Tanks brauchen. Und ja, dann fehlt noch Sheep Metal. Okay. Wait, was ist das denn bitte? Ich habe gerade irgendwie... Oh, das ist Compressed Steel. Aber wie mache ich das denn? Ach, ich bin jetzt 2x2 Packaging. Oh nein. Was zur Hölle. Ach, shit. Jetzt habe ich hier dieses Compressed Iron von Pneumatic Craft gemacht. Ohne dass ich das gerade wollte, weil ich die falsche Press benutzt habe. Ist das scheiße. Ich wollte die Unpacking Press haben, weil das... Oh nein. Okay. Ich meine, das ist nicht so super bad. Wir werden das in Zukunft auch brauchen. Aber ich sage mal, super optimal ist es trotzdem nicht, weil das halt gerade 4 Eisenblöcke waren und da ist es relativ wenig rausgekommen. Aber hey, ich meine, vielleicht können wir es für die Zukunft gebrauchen. Oder so. Okay. Das sind glaube ich genau genug. 66 Stück sollte normalerweise passen. Das Ding ist halt... Oh mein Gott. Ich hoffe, das passt jetzt gleich alles. Aber wir müssen ja unseren kompletten Dieselgenerator wieder abbauen. Das heißt, wir werfen irgendwie mal so ein paar... Was ist hier noch drin? Irgendwie ein komischer Chart von Betweenlands. Okay. Wir werfen mal die ganzen Sachen hier drüben rein. Und dann nehmen wir die Dinger hier mal weg. Ist natürlich ein bisschen schade jetzt um den Diesel, der da noch drin ist. Aber hey. Wir machen einfach mal den hier. Weinminen das ganze Ding hier. Out of Existence. Und dann kommen da unsere wunderbaren Tanks hin. Was ich noch vergessen habe, was auch sehr wichtig werden wird, ist der Fluid Router. Den werden wir brauchen, damit wir unsere verschiedenen Fluids in den verschiedenen Tanks bekommen. Glaube ich zumindest. Wäre also relativ nice. Und jemand hat ja gesagt, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, dass man bei den Tanks tatsächlich auch von unten Sachen reinpumpen kann. Würde ich jetzt gerne probieren. Würde uns auf jeden Fall auch einiges an Pipes ersparen oder sowas. Deswegen, ja, also ich meine, wenn es geht, dann wäre es sehr, sehr nice. Und wenn nicht, dann ist es relativ doof, aber ist immer noch okay. Aber der Plan wäre jetzt, glaube ich, dass wir ungefähr... Ja, ich glaube, auf diese Art zwei Tanks hinbauen nebeneinander. Das heißt, wir schütten hier später noch so ein bisschen was auf. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze aussehen soll. 34 Blöcke dürfen wir verbauen. Und dann kommt gleich der zweite Tank daneben. Und dann können wir da unsere verschiedenen Flüssigkeiten lagern. Bauen wir übrigens noch mehr davon, weil wir in Zukunft ja auch noch die ganzen anderen Sachen lagern wollen, die ankommen. Das heißt, hier kommt ja nicht nur Diesel und Naftas, sondern genau, Creosin, Gasolin und Lubricant kommen da später noch mit an. Das ist natürlich auch nochmal sehr viel mehr andere Stuff, der da mit dazu kommt. Aber da kümmert sich dann auch wieder der gute Zukunftszeigot rum. Ich halte mich da erstmal raus. Und ich kann zu meinem Bedauern leider nicht rechnen. Da waren nämlich zwei Schiebmittel zu wenig drin. Wir brauchen 68 und nicht 66. Aber dann haben wir die beiden Dinger hier. Wait, habe ich jetzt... Ah, nee, es waren vier Stück. Okay, hat gepasst. Nevermind. Gut, danke an das jetzt hier entlang. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne probieren, ob wir es unterirdisch machen können. Aber oberirdisch wäre eigentlich auch relativ okay und cool vielleicht sogar. Weißt, ich würde jetzt dann vielleicht, wir müssen uns noch mehr Pipes bauen, aber in die Richtung hier gehen. Dann nach hier oben. Und dann machen wir einfach auf den ersten Tank drauf einen Fluid Router. Den können wir uns, glaube ich, sogar schon direkt bauen, oder? Wir brauchen die Fluid Pipes und den Rest davon haben wir auch. Sehr gut. Genau, da ist der Fluid Router. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar mehr Fluid Pipes dann gleich hier drüben, damit das Ganze funktioniert. Und in dem können wir jetzt einstellen, wo praktisch welche Flüssigkeit hingehen soll. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, nach B, also nach Bottom, nach unten, soll dann eben zum Beispiel diese gehen. Und in das andere soll dann logischerweise Kreosen oder sowas gehen. Oder was ist das andere? Nafta ist das andere. Das heißt, wir connecten den jetzt erstmal hier hoch. Und dann sollte es sich wahrscheinlich hier drin direkt Nafta füllen, oder? Kann ich mir vorstellen. Das war falsch. Da ist jetzt, genau, der ganze Nafta drin, den wir hier haben. Das heißt, der pumpt jetzt alles davon hier raus in diesen wunderbaren Tank. Wir können uns davon ein Bucket rausnehmen. Und dann können wir beispielsweise sagen, nach Bottom soll immer nur Nafta gehen. Nichts anderes. Dann wird das da reingefüllt. Und wir sind damit good to go aus dem Schneider und in die andere Richtung. Da kommt dann alles andere weiter. Hoffe ich auf jeden Fall. Das heißt, alles, was an Diesel dort ankommen würde. Iiiiih, fingers crossed, dass es hier nicht auch Nafta ankommt. Ne, das sieht perfekt aus. Sehr, sehr gut. Hier drüben ist aber auch schon alles leer. Da ist noch ein bisschen Öl drin. Und dann haben wir hier eben unser komplettes Nafta-Zeug. Das heißt, unseren Dieselgenerator, den bauen wir jetzt einfach ein paar Blöcke weiter hier vorne auf. Ich würde sagen, in diesem Zwischenspalt hier, so ungefähr, ich orientiere mich jetzt irgendwie an irgendwelchen Blöcken, die eigentlich gar nicht existieren. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da wenigstens irgendwie so eine ganz komische, weirde, irgendeine Symmetrie drin haben. Finde ich meistens immer ganz cool eigentlich. Das heißt, unser Dieselgenerator kommt jetzt dann tatsächlich hier drüben hin. Sehr viel anders, als er davor gestanden hat. Aber ist nicht so übertrieben schlimm, hoffe ich einfach mal. Zack, here we go. Generatorblock eingeklickt. Und dann können wir hier drüben wieder unser Pipe mit verbinden. Wir können dann dort rein, sollte ja unser Diesel kommen. Das heißt, wir können hier einfach mal den Hebel umlegen. Schon mal direkt, damit das da reingeht. Beziehungsweise können wir den Diesel erstmal... Na, nee, können wir nicht. Wir müssen den Hebel, glaube ich, schon direkt umlegen, damit das funktionieren würde. Dann machen wir hier wieder zwei Connector drauf. Wann ist der die jetzt etwas rot? Weil ich den noch im Inventar habe? Wahrscheinlich, ne? Weil er denkt, hier ist irgendwas falsch. Und dann würde ich, glaube ich, sogar am liebsten auch schon wieder hier oben irgendwie. Ich hoffe mal, das passt so. Die Luftblöcke sind immer super weird irgendwie. Wenn man nicht genau weiß, wo man hinbauen möchte oder wo man hinbauen würde, dann ist es sehr schwer, Blöcke in Minecraft zu setzen. Aber wir connecten jetzt die Dinger einfach erstmal. So, dann müsste alles normalerweise miteinander connected sein. Die haben natürlich noch keine Energie. Das Ding hat noch ein bisschen Energie. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Pump-Check anmachen, dann haben wir hoffentlich gleich von unserem Diesel-Generator genug Zeug, damit der hier pumpen kann. Hier machen wir hoffentlich Öl und Nafta. Und wir sollten sehen, dass hier, ja, nur nicht so ganz, aber normalerweise sollten wir sehen, also es funktioniert, ja, obviously. Ich habe nur gedacht, dass wir ab und zu sehen, dass hier dann trotzdem sich ein bisschen Diesel ansammelt oder so. Das wäre sehr, sehr cool gewesen. Wir können aber eben den Hebel umlegen. Zack, dann sollten wir es sehen. Genau, dieses sammelt sich hier drüben an. Und unser Generator verwendet das Ganze, um alles hiervon zu betreiben. Das ist super nice. Ich meine, der hat immer noch ein bisschen zu wenig Energie. Er hat gerade, er kommt klar mit der Energie. Wahrscheinlich, weil er weniger RF pro Tick braucht, oder? Oder genauso viel, wie die Kabel leiten können. Und irgendwie ist das ganze Ding, was wir gemacht haben, super anzettet. Das war eigentlich, da müssen wir uns mal irgendwas anderes überlegen. Vielleicht einen Ballon dann lieber genau in die Mitte davon. Und nicht drei so ganz verschiedene, die alle irgendwie nur ihre Maschinen betreiben. Aber eigentlich sind die Dinger schon irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile ein größerer Fan als am Anfang. Ey, das ist echt wirklich super, super, super strong. Wir lassen die Dinger jetzt einfach mal. Ich glaube, der Generator produziert Energie, wenn er Energie braucht. Das heißt, hier würde jetzt normalerweise auch, ja, immer noch kein Diesel ankommen. Das ist echt weird. Ich hätte gerne, dass wir ein bisschen Diesel auf Vorrat haben. Aber da müssen wir, glaube ich, länger laufen lassen. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal eine Menge Steel. Denn die nächsten Quests, wenn wir da endlich mal das Circuitport machen, das ist, dass wir über den Immersive Tech, Boiler und Solartower Energie produzieren. Beziehungsweise Steam. Und danach können wir damit eben Energie machen. Und dann können wir Nafta und Steam zu Propane machen. Und Propane können wir zu Plastik machen. Genau, zu Liquid Plastik. Und Plastik können wir dann dafür benutzen, um, ja, schlussendlich unser erstes Plastik herzustellen. Und dabei da wahrscheinlich auch in Richtung ME-System oder sowas in die Art zu gehen. Das wird auf die Insel, glaube ich, nicht mehr so gut passen. Ich würde sagen, das ist erstmal unsere Ölbohrungs- und Energieproduktionsinsel. Also da will ich nicht so viel antatschen. Vielleicht verschieben wir den Ofen sogar nochmal. Und dann soll ich hier drüben ja später. Da müssen wir auch noch gucken, wie wir das am besten machen. Der See kommt natürlich komplett weg hiervon. Aber ich fahre mich immer noch, also was der beste Weg ist, um diese Leute hier loszubekommen. Ob es irgendwie, ist hier irgendein Spawner oder sowas mit dabei, den man abbauen kann? Oder irgendwas anderes in der Art hier? Ist auf jeden Fall, das ist einfach eine Hexe gespawnt. Okay, ich habe jetzt schon super viel von dem ganzen Zeug hiervon abgebaut. Ich will hier auf jeden Fall loswerden. Wenn ich hier meine Fabrik auf die Insel baue, dann sollen nicht diese komischen Glibberviecher überall sein. Sondern da soll wirklich gar nichts mehr da sein. Da soll nichts stehen, da soll kein... Okay, die ist wieder kaputt, sehr gut. Aber da soll kein See mehr sein, da sollen diese Viecher nicht mehr sein. Ich hoffe, es gibt irgendeinen Block, der das ausmacht. Wahrscheinlich diese Biomasse. Weil ich sag mal so, wenn die Typen hier immer spawnen würden, wäre irgendwie schon hart beschissen. Warte, Biomasse. Jetzt nochmal probieren mit... Äh, ja. Okay, das scheint gut zu sein. Und es brauchen gerade auch keine neuen nach. Okay. Das scheint wirklich sehr gut zu sein. Dann war das vielleicht wirklich das Ding, was uns auch gefehlt hat. Alter, und wie er hier Stück für Stück... Guck mal, der baut ja so lange ab, wie ich möchte, ne? Alter, der baut einfach so lange ab, wie ich Durability habe. Wie krass ist das denn? Das heißt, wenn wir irgendwann eine Unbreakable Pickaxe hätten, dann könnten wir wirklich so eine ganze Insel oder sowas in einem Schwung praktisch komplett abbauen, glaube ich. Das wäre super sick. Ja, und sonst haben wir jetzt noch die drei Typen da, die hier gerade waren, ne? Hier ist noch der Coralium Stone. Und ich glaube, hier ist noch eine, so eine Statue. Da sind noch mehrere Statuen, die müssen wir da wegmachen. Aber dann sieht das doch sehr gut aus hier drin. Ausgezeichnet. Das waren alle Sokoffs, die hier drüben waren. Aber noch ein sehr guter Name. Dann können wir das Loch hier zuschütten. Ey, nice. Okay, das ist sehr gut. Und dann haben wir unsere Sachen hier drauf. Die haben wieder alle Fische getötet. Aber da will ich mich nicht beschweren. Dann machen wir da irgendwie eine coole Brücke rüber. Hängebrücke oder so Plattformen. Ich glaube, so Jump'n'Run-Plattformen wären vielleicht auch ganz cool. Auch wenn ich niemals Jump'n'Run machen würde darüber. Aber einfach nur für den Style. Könnte das auch schon ein paar kleine Bonuspunkte geben. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr guten Plan. Wir haben eine neue Insel erobert. Die gehört jetzt schon mal uns. Da steht unser Name drauf. Da stehen bald unsere Maschinen drauf. Und dann sind wir ready to go. Ich bin sehr gespannt. Das und mehr sehen wir im nächsten Jahr. Dort werdet ihr natürlich erst die nächste Folge sehen. Das ist absolut mindblowing. Ich hoffe, ihr habt natürlich trotzdem euch jetzt gefallen. Ich hoffe, euch hat das Projekt im Start-Up gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Rundsch. Ich hoffe, ihr kommt gut das nächste Jahr. Danke fürs dabei sein. Danke fürs zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Peace.